Moin Leute und Willkommen zurück zu Starter auf die Karte mit Schnorcher und Fuhrer. Der Protokoll wackelt jetzt komisch. Der zieht halt von der Fall. Was machst du denn hier? Ich vermasch dich. Wollte den einfach mal durchdrehen lassen. Guck mal. Haben wir schon so eine geilen Karren haben? Muss man die doch mal ausbrechen lassen. Oh oh. Stimmt, wir sind ja wieder auf der Straße. Sind ja wieder irgendwelche Schrottkarren im Weg. Ja. Ja, ihn auch hinter mir. Ich bin ja nicht hinter dir. Ist da weit weg? Also kommt da wieder was auf der Straße? Alles gut. Ja. Ja. Siehste so, ist das doch viel besser wenn du mich vorwarnst. So, ich glaub hier ging's hoch ne? Und hier hätten wir jetzt hochladen müssen. Oder downladen. Bist ihr sicher? Es war zumindest so, als ich die in der Hockmission mal an drin hatte und dann hat er gesagt, du verbrich die Absicht. Und dann wie viele Zombies du hier hinter dir jetzt. Jetzt hab ich nicht gesehen wo du langgefahren musst. Entweg links. Ja und dann geradeaus oder? Ja geradeaus da. Weil hier auch so viele Abbiegungen sind von dem Zettel. Ach da vorne seh ich dich. Das ist aber nicht geradeaus. Das ist das hier das Ziel. Ja. Das erste. Was haben wir jetzt hier gemacht? Ein Lager durchs Hof? Das ist ein Port. Das geht hier unten rum oder? Ja. Teutäusch geht es da rein. So bin ich. Wo? Wolltest du da lang? Ich wusste nicht, dass das so ein riesen Abhang ist. Und dann wartet da unten auch noch. Falls ich von oben wieder runter hin jump kommen lasse. Und dann auf dem Land. Warten wir. Jetzt fahren wir zum echten Ziel. Oh da kommt einer mit dem Helm. Muss da kurz aufpassen. Wolltest du da kurz aufpassen? Wolltest du da rein? Was ist das hier? Was ist das hier? Die Militärkriege. Sie sind Transport. Sie sind Transport. Sie sind nicht Assault. Sie haben das nie gesehen. Ich habe das nie gesehen. Und vielleicht sollten wir uns einen näheren Blick nehmen. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Das ist wichtig hier. Wie der Zombie rein gibt es geht. Hier kommen noch mehr. Das sind alles seine Kumpels hier. Ja. Du bist müde. Oh du musst schlafen. Ich muss schlafen. Ja Tatsache. Hier darf ich. Äh. Hast du den auch gehört ja? Nein. Den Koloss. Nö. Den Koloss. Nö. Richtig dicken Koloss. Oh Mann Mann. Und da machst du Krach noch. Und da ist da nichts drin ey. Sind wir jetzt schon durch hier oder was? Nein. Achso ich soll hier so ein Militärfahrzeug durchsuchen. Das ist ja auch da rennt er rechts. Ich bin noch drin. Der Koloss meine ich. Ja und ich bin drin. Wie soll ich das denn sehen? Wir müssen jetzt hier bestimmt einsteigen. Ach ne der hat keine Räder mehr. Da drüben ist der Koloss. Ach da. Ja pass auf der macht jetzt bestimmt Lautstärke. Oh Gott. Dann kommt der hier angelaufen. Untersuche die Larchen. Oh nein! Warum stehen die nicht nochmal auf? Eigentlich müssten die ja nochmal aufstehen. Liebten da von Zettel. Das heißt, er hat das Ding hochjagen lassen, als die Zombies kamen? Die Tante. Die Tante. Nicht alle, die da mit dabei waren. Was hast du da? Well, f*** ich. Ich wusste immer, dass Annette eine schwerer Scheiße war. Aber das ist einfach verdammt verrückt. Sie waren hier nur, um ihn zu verraten und sie hat unser Haus aufgelöst. Und von was? Friede? Oder vielleicht nur verdammt. Bist du okay, Mickey? Nein, ich bin verdammt okay. Ich bin froh, um Wilkerson zu sein. Ich war das Name wie Armour. Aber ich habe es endlich zu verstehen. Das Name Wilkerson? Es ist nichts, aber eine Kurs. Es kostet mich meine Brüder. Meine Daughter. Jetzt meine ganze Familie. Ich kann nicht mehr nach diesem Ort. Alles hier, was du willst, einfach es. Ich finde, was ich in einem anderen Ort. Ziele erreicht. So, und jetzt? Wollen wir zu der Tante noch fahren? Mit dem Download da, oder? Ja. Also, Cleo. Cleo. Ich möchte einen Tank, ey. Wer gibt es noch? Ich nehme mal kurz hier noch was looten. Ob hier vielleicht Benzin ist. Ja, Benzin. Ja, stimmt. Hast du nichts im Kofferraum, oder? Nee. Oder? Äh, ich hatte mal da was eingeliegt. Du bist für den Fuhrpark verantwortlich. Ja, toll. Jetzt tankst du mir in eine Kalle, oder was? Ja, klar. Hast du noch einen Tank gefüllt? Nee. Nee, hab da vorhin gesagt. Ich hab einen Tank gefunden. Zack. Ich dachte, du warst gleich bei dir eingefüllt. Nö. Da war ja noch genug drin. Aber hier ist noch geiler Kram. Den werde ich noch gleich zack, hierin tun. Was geiler Kram? Habe ich gerade gar nicht drauf gewartet. Zeig dir mir unfass an. Ein Container. Hui. Ich komme. Edition. Gib mir die Schrauben. Yeah. Kiste mit Samen. Das kann ich wegschmeißen. Willst du den Zettel, den wir eigentlich haben? Nee, ich weiß nicht. Oh, der hat sogar für mich gezählt. Ey, warum machst du denn den Zettel da wieder hin? Wieso nicht? Ja, weil... Was will ich denn mit dem scheiß Zettel? Was ist denn mit dem Militärbefehl? Ist noch so ein Zettel, oder? Ja, was willst du damit noch? Muss ich dann wieder rauspacken. Zack. Dann scheiß Zettel, wenn ich pack das, ey. Zack. Ja, natürlich. So. Okay, los. Aber musst du die Mission nicht erst mal aktivieren? Wir fahren doch jetzt hin. Ich habe ja einen Marker. Und dann aktiviert er sich automatisch das. Da bin ich ja mal gespannt. Da kann man auch schlecht einschätzen, ob das Auto kaputt ist. Weil der braucht ja bestimmt noch fünf Zettel. Der wird rauchen jetzt. Auch rauchen, wenn irgendwann mal richtig futsch ist. Ja, oder der ist halt so, dass zumindest wenn du Zombies überfährst, dass das gar nichts am Auto macht. Was ist denn? Genau. Da ist ja jemand, das, was ist es. Oh. 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 Oh, oh. 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 Knack. Easy shot. Was? Ich mein die hier. Das ist die Tante oder was? Ich zieh von. Und da draußen rennt etwas rum. Das ist mit der Satellite eine Tante da. Du brauchst meine Hilfe, um ein Computerprogramm zu kopieren. Das ist eine drastische Simplifikation. Aber ja, knapp genug. So, bist du bereit zu gehen? Natürlich. Was war denn hier? Und wohin fahren dort? Ja, ich guck grad... Ach hier. Okay. Ich muss doch bald mal schlafen. Was? Im Wasser? Wird schon irgendwo am Rand sehen. Hoffentlich. Hoffentlich. Bist du da wieder im Querfeld ein? Ja. Und entschuldige rein ins Wasser. Mach Kack. Falschgefahren? Ajo. Wo hab ich noch gefahren? Bist du jetzt eben auchFahren? Überall Abgrund, ja, dass sie geschlittert. Oh oh. Die sind rote. Oh, die wollte ich doch noch. Komm, schießen. Hier kann man was durchsuchen. Wieder verteidigen. Die verteidigen. Na, sie verteidigen. Aber ich bin doch fast kaputt. Na, geh doch auf deinen Pick-up. Na und dann? Na, können sie dich nicht attackieren. Wo sind sie denn? Ich kann noch auf meinen Pick-up gehen. Willst du mich verarschen? Okay. Haben wir sicher über diesen Plan? Haben wir schon abgeschlossen? Wenn die hier so schnell kommen, dann lecken die so. Oh, ich brauche nicht mehr schießen. Ich hab meine... ...nöste Schock. Schau, ich ziehe einen AI aus dem Raum. Du kannst diese Dinge nicht verarschen. Boah, wenige hier. Oh, jetzt kommt einer mit Helm. Zwei mit Helm. Oh, oh. Oh, oh. Was war das denn? Was machst du? Die Kratate losgelassen. Das Programm ist groß. Es hat schon halb meine Hard-Drivespace aufgelöst. Great. Wie viel länger? Es wird entlangscht, zu downloaden, oder ich rufe aus dem Raum. Also, wir sind zumindest halbwegs da. Das hat mein letzte Magazin gesammelt. Moment, ich fiel in die... Und die startet das jetzt hier, oder? Die lädt das herunter. Steht doch da. Ach so. Steht doch da. Es ist fertig! Das ist, wie, der größte epische Hack der jemals. Okay. Mal schauen, ob es funktioniert. Okay. Ich bin verstanden. Hey, wir haben das größte komplizierte Computerprogramm in der Existenz aus einer Netzwerke von Satelliten. Und hier ist alle. 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 Macht sie wieder halt. Hoch. Hä? Oh, mein Gott. Wir haben es geschafft. Sie können uns hören. Ich muss das zurück zum Doktor. So. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Geflogen dabei. So. Spitzel. Bedanke dich. Spitzel. Bedanke dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.